Kennt ihr das? Ihr habt gerade ein Schachbuch gelesen und fühlt euch wie der Typ hier unten. Es war langweilig und irgendwie habt ihr kaum was mitgenommen. Wenn ihr das ändern wollt und stattdessen so aussehen wollt, dann schaut das Video auf meinem Kanal dazu. Dort gebe ich euch effektive Tipps, damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr ein Schachbuch lest, mehr lernt und mehr Spaß habt.